Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meine Damen und Herren, der botanische Garten schließt. Und warum hast du dich hier mehr schrecken lassen? Was hast du tun? Wie ich diese seltsamen Pflanzen aus exonischen Ländern liebe. Und, 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 und. Ich werde dir etwas verstehen. Ich bin nie in Exipo gewesen, wie ich allen meinen Freunden erzählt habe. In Wahrheit bin ich sogar noch nie in meinem Leben gereist. Wenn ich in diese Wechselhäuser gehe, ist es, als betrete ich einen Traum. Ein Kind besessen von einer krankhaften Fantasie. Ein Kind besessen von einer krankhaften Fantasie. Ein Kind besessen. Sie sind alle da. Sie, Sie, Sie. Ich fühle mich so wohl bei Ihnen. Sie haben keine Angst mehr. Da noch andere Geister im Gewächshaus sind. Da noch andere Geister im Gewächshaus sind. Da noch andere Geister im Gewächshaus sind. Hör zu. Sie sprechen auch von mir. Hör zu. Meine Mucse. Meine Mucse. Jadpiga. Sie ist nicht so schön. Hör zu. Und dieser Schlangenschörer, der für Sie spielt, ist er nicht wunderbar? Vielleicht bin ich es im Grunde. Ich bin ein Löwe, der nach Farben hungert. Ich bin ein Löwe, der nachher Geister im Gewächshaus ist. Ich bin ein Löwe, der nachher Geister im Gewächshaus ist. Ich bin ein Löwe, der nachher Geister im Gewächshaus ist. Ich bin ein Löwe, der nachher Geister im Gewächshaus ist. Ich bin ein Löwe, der nachher Geister im Gewächshaus ist. Ich bin ein Löwe, der nachher Geister im Gewächshaus ist. Ich bin ein Löwe, der nachher Geister im Gewächshaus ist.